Leute, das war's. Ich bin raus aus dem Wald und die Sternlampe mal aus. Ja, ich bin jetzt ziemlich müde und ausgepowert. Ja, was soll ich sagen? War wieder ein toller Tag für mich. Es war schön draußen mit den kleinen Feuerchen. Das hat schon was gehabt. Und ja, das ist jetzt zu Ende. Jetzt habe ich mal leider weniger Zeit, die nächsten Tage raus zu gehen. Aber so ist das eben. Und deswegen habe ich das heute in vollen Zügen noch mal genossen. Ja, und jetzt mache ich mich auf den Heimweg und freue mich auch mal auf zuhause und werde es mir da gemütlich machen. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's uns gut. Servus. Ciao. Ich sehe überhaupt nichts. Scheiße. Muss ich euch wieder wegdrehen. Tut mir leid. Jetzt bin ich schon ein ganzes Zeit. unterwegs. Auch immer gern dabei ist das Real Steel Knife. Der Bergarbeiter. In der Nacht so halt im Wald rumspazieren. Da verläuft man sich schneller als man denken kann. Unglaublich. Aber zum Glück GPS, die Router mit aufgezeichnet und die Sicherheit ist wieder da. Na ja gut, aber ganz zufrieden bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wow, jetzt geht's nach Hause. So. Ich lasse das Feuer jetzt ausgehen und dann gehe ich langsam zurück. Es ist spät geworden. Mir reicht's dann. Ich muss auch sagen. Es wird dann irgendwie auch verdammt lang. Langweilig. So ohne Gesprächspartner ist dann auch nicht so viel los. Ja. Und was ist passiert? Was ist mit der Angst vor dem Milchwein und so? Keine Angst. Keine Angst mehr da. Es ist allgemein Angst vorm Wald. Absolut keine Angst. Es ist einfach keine Angst da. Aber es gibt auch keine Gruselgeschichten oder sonstige Sachen, die mich hier beeindrucken. Ich bin einfach hier alleine und ja, ich wäre froh, wenn ich mal ein Tier begegnen würde. Wildschwein muss jetzt nicht sein und Fuchs auch nicht unbedingt. Aber Angst. Angst habe ich überhaupt keine mehr. Gott sei Dank, ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Weil da gab es ja mal ein Video, da habe ich drüber gesprochen, ja. Wildschweinangst und so. Vielleicht kommt es ja auch wieder mal mit den Kindern. Ist vielleicht anders. Da ist einfach, ja, das Risiko dann einfach auch größer. Genau. Aber alleine, wenn ich bin, habe ich keine Angst. Nein, definitiv nicht. Ja, jetzt freue ich mich dann schon langsam auf den Frühling, ehrlich. Wird dann schon Zeit, dass mal wieder ein ordentliches Wetter daherkommt. Ja, jetzt freue ich mich dann. Das war's. jetzt wird es langsam zappen duster hier bisschen aufwärmen hätte ich müssen jetzt kann man schön sehen wie die jets gezündet haben von den drangia das finde ich eigentlich ganz cool heute für den drangia mal eine ganz einfache dose mit dem loch ausgeschnitten da stelle ich es rein muss auch reichen heute jetzt mache ich mir erstmal was warmes zu trinken kaffee oder so ja ich bin jetzt schon ziemlich weit in den wald hinein gelaufen ich laufe jetzt eine gute stunde und es wird mittlerweile auch wirklich dunkel und die stille total der wahnsinn ehrlich schaut euch mal die die krassen spuren hier an ich weiß eigentlich gar nicht wo ich hingehen soll das mit sicherheit es ist hier absolute absoluter tierheil nee hier bleibe ich also weiter geht's das macht mich unglücklich hey liebe anderen autofreunde schön dass ihr wieder dabei seid ja ich bin schon fleißig am suchen auf einem kleinen lagerplatz ich möchte es mir dann gemütlich machen so Ja, hi Wandernator-Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Also wenn ihr bis jetzt mitgekommen seid, dann wollt ihr wahrscheinlich eh noch ein bisschen mehrer sehen. Ja, ich bin schon fleißig am Suchen auf dem Lagerplatz. Nein, 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 nein. Wenn ihr bisher geschaut habt, bis ihr ... ... geschaut habt, bis ihr hingeschaut habt, bis ihr da hergekommen seid, und bis ihr dich hergekommen seid, und bis ihr dich hergekommen seid, ja. ... Nein, 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 nein. ... also dann kommt mal mit. Also wenn ihr bisher ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020